Sie finden vielleicht, das Ding sieht wie ein Mensch aus, aber der Herr erschuf uns nach seinem Ebenbild. Sie glauben nicht, dass der Herr so aussieht, oder? Diese Kreatur ist intelligent und sie ist fähig, Gefühle zu verstehen. Es ist bemerkenswert. Man denkt wirklich, man sieht einen echten Amphibienmann. Untertitelung des ZDF, 2020